. Jawoll! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh! Mein Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder im Rockup Club 2011 mit einem grandiosen Team Ausgang.ch. Also, so weit, so gut. Wir haben den ersten Match überragend gespielt, den zweiten Match so etwas suboptimal gelaufen, unentschieden. Jetzt den dritten Match haben wir ein bisschen besser überzeugt. Jetzt kommt es darauf an, den vierten Match müssen wir machen. Wir wollen Gruppenersten sein und dann jedes Spiel vorwegnehmen, Vollgas geben. Alles oder nichts. Zangentaktik, Manager, Trainer, glaubt an mich. Zangentaktik, das ist die Deviser heute. Wir sind in der Defensive sicher stark im Moment. Aber wir müssen auch in der Offensive viel verbessern. Das Problem ist eben das, dass wir Frauen vorne haben, die Goal schiessen können, aber niemand bedient sein. Jetzt versuchen wir eine neue Taktik mit fliegenden Positionen und das wird sicher funktionieren. Wir müssen jetzt hier noch geheime Informationen mitnehmen. Denn ich habe ein Goal gemacht, nicht direkt, sondern ich habe ein eigener Goal irgendwie abgewendet. Und dann ist der Bau ins Goal. Und darum haben wir den letzten Match gewonnen. Ausgang? Perfekt! Oh, 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 oh! Give you freedom, give you fire. Give you reason, take you higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud Der 10. Rocker Club, krönend, wirklich schön Die Leute sind gut getroffen, es ist friedlich so wie es sich gehört an einem Blasturnier und ich muss sagen, es ist schön und wirklich einen riesen Dankeschön, alle von hier mitmachen und uns auch unterstützen Das war's, das war's, das war's